Musik Weil die von jemand anderem ist? Ich wusste ganz, dass sie von mir ist Boah, Spieler, zwei Bei uns? Ja, komplett in rot, mit weißen Bannen, drei Stöten Ja, ich hab ne Pistole Wo seid ihr? Aber wo ist das? Im Berensino hier, nicht? Oh, ich sehe da zwei Tippen, ja Ja Wir schießen nicht Nee Soll ich schießen? Hallo, nein, das ist der Medic Hey, hallo Medic Hallo Medic Hey Hey, Mann Hey, Mann Drei Stück, krass Ja, sieht ja fett aus Ja, sieht ja fett aus Hey, nice Ja, die Feuerwehr 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 Avenrot Avenrot Sonst kriegen wir Angst Sag was Nein, wir sind nur Feuerwehrleute, wir machen nichts Was macht ihr so? Deutsche Deutsche Wir löschen Feuerwehr, wir suchen noch Feuerwehrleute Achso, die haben voll die Mission irgendwie Ich bin wieder da Scheiße Mann, wir machen hier Krieg Dose 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 Also beide ich trete Dose Dose Garantiert Ja, fach Ey Leute, hat der was gesagt oder so? Dass der auslockt oder sonst was? Nee Finde ich cool Hey, warte mal, ist der noch ein Teamspeak? Ja, Viktor willst du die Blaze haben? Oh, ich blute Ich hab auch noch 160 Okay Das ist nicht 160 Schusser Du hast 160 Schusser da Naja Du hast du noch raus Willst du tauschen, wenn du das gehst? Hier, ich nehme die Blaze, Viktor Ey, wo will der hin? Sag den Tippen Ich hab noch mehr Bleib stehen Knie dich bitte hin Oder setz dich hin, aber nicht stehen Ja, wer braucht einen Maufen? Hier ist der Hier, ein Magazin für die U Hier ist noch Was für dich Wo? Oben auf dem Dach liegt noch einer Der gehört nicht zu oben Ah Ah Auf welchem Dach? Kannst du dir rein, ey Das ist die falsche Dose Passt du auf ihn auf? Äh Auf welchem Dach? Ah, das war glaube ich alles Ich hab ihn schon Ist okay Ich bin mal ganz kurz Jetzt haben wir den hier ganzen Spielfang kaputt gemacht Ja Ja Fängt ein neues an Ja Hört's euch? Nee Wir sind zu dritt War ganz hoch Ich guck jetzt Ich soll dich in die Dich in die Sollen wir ihn hoch schicken Also sagen, dass er oben stehen muss Okay Auf dem Dach nicht keiner Was wollte er jetzt mit mir zu machen? Mit meinem Zuhause Und das war's Jo 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 Ich hab mal dein Spring-Catness gebraucht Ah, was Kann man dich jetzt looten eigentlich? Man kann gucken, was du hast, ne? Sehr gut, dann Haben wir Sehr geschäft Ja, du hast ne Du hast Makarov Schau mal, der hat ne Makarov Der könnte auf uns schießen Gar nicht so viel los hier Auf dem Server Was sagst du? Ich hab's nicht verstanden Gar nicht so viel los auf dem Server Ja, weil ich Aber hier ist es halt immer so Hier hast du entweder auf uns raus Ich hab's nicht geschossen Ich hab's nicht geschossen Ich hab's nicht geschossen Ne, ne, ne Wir haben geschossen Ja Er schießt Außerdem, ganz ehrlich Im Ich hab dagegen gehauen Gegen nach 15 Leute draußen Im Brindenland kann man immer Leute drauf Hast ja gerade gesehen Hey, alle Klamotten Es waren keine von den Leuten mit denen die sich gerade Glaube ich Geschossen haben Das waren ganz einfach nicht Er hat sich ausgezogen Die waren teuer Ich frage mich zwar, warum die genau in das Haus reingegangen sind Aber Daher haben die uns gehört oder nicht Ja Daher haben die die Zombies gesehen Als die alle reingerannt sind Genau Hatte die Kamera danach Wir sind echt hier rein? Ja, die Kamera ist nach dem Schuss Ich glaub, wir haben die Steps Oder so Wow Ich glaub hier schon jemand war Eigentlich schon Aber hier kannst du auch kaum was looten eigentlich Ah doch, hier gibt's ja auch so ein Haus, ne, oder? Können wir ihnen irgendwas essen geben? Ehhhh Weiß ich gar nicht Eigentlich nicht ne Aber hier ist es Hat keine Handschuhe in mehr an Ich hab ich ihn frei genommen Da ist offen Ah doch, hier gibt's doch so ein Haus Zombie Und da ist es Was für sich Verpackt Da liegt eine Blaze bewaffnet, nachher schießt er auf uns. Wo ist die? Die Blaze liegt an der Treppe, geladen. Jetzt hat er sie in die Hand genommen, oder? Ich hab sie. In der Zelle. Oh, ich ruhte. Könnte einer den Zombie machen. Ja, ich ruhte. Wir haben noch einen großen Rest. Ey, er rennt weg. Naja, der Buse. Ja, der Buse. Hier am Anfang. Hier liegt ein bisschen eine Gebästigung, falls wir eben ein Geist. Nö, nö, ich behalte meine Schwarze. Okay. Wissen wie es mal steht im Zustand? Boah, ich glaub, er kämpft jetzt gegen uns. Okay, meines ist gut. Dead knife. Ich blute. Kann ich jemanden decken? Ah, hier ist auch ein bisschen Money für dich. Komm mal. Oh, da kommt einer mit der Axt. Nein. Wie viel ist das hier? Okay, dann nimm die Blaze und schmeiß sie nicht wieder weg. Wo ist deine... Brauch nichts mehr. Hast du da eine AK? Hat jemand hier eine AK? Nee. Hier ist nochmal so ein Typ in Rot. Mit einem roten Rucksack. Ja komm, verbinde dich. Ich geb dir Deckung. Ja. Du bist am Bluten. Hat er nicht grad nen Gelben gehabt? Hat er nicht grad nen Gelben gehabt? Nein! Fuck! Ich hab Scheiße gemacht. Ich hab Scheiße gemacht. Pass auf nicht, dass er dich Axt hat. Ich hab Scheiße gemacht. Ich hab Scheiße gemacht. Mit einem Moni oder so. Genau. Die ganze Scheiße, die da liegt. Was liegt denn da noch? So. Das hab ich da noch. Aber nichts mehr jetzt. Ich glaub wir haben uns rausgelockt. Kann das sein? Oh mein Gott, Alter. So. Okay, also. Alles klar. Sind die wirklich weg? Ja. Und wer hat... Zwei Zirken haben noch gelebt. Zwei Zirken haben noch gelebt. Wow, der ist hier ausgezogen. Guck mal, seine Jagd-Sachen liegen noch da. Ja, überleg ich grad auch halt. War doch hier oben auf der Bank, oder nicht? Ja, genau. Was ist denn wieviel Zustand? Oh, Warm. Okay, dann hab ich lieber gehackt. Jetzt kannst du mir auch die Sachen wiedergeben. Noch Rocket Aviators? Ah, die hast du schon, ne? Ja. Hattest du auch Handschellen dabei? Oder hab ich die aber so mit drin? Nee, die hatte ich schon dabei. Ich bin in letzter Zeit... Ich hab auch noch ein Paket. Ey. Schieß ihn ab! Ich hab denen die Beine gebrochen. Ich hab's gesehen, wie geil. In jedem Fall Spaß. Guck mal hier, da hinten ist ein Hochstand, wo wir kommen. Da ist ein Haar links drauf. Verbind den Watsch, brech dem anderen auch noch die Beine. Ja, mach mal. Verbind die. Ich hier drauf noch. Ich geh' hoch. Also wegen... Ich geh' hoch. Also ist dir da sonst keins? Ich geh' da mal rum. Ich schieß' gar nicht. Ich bin das nicht. Ich schließ' gar nicht. Ich bin das nicht. Ja, wir wollen euch nur bewachen. Sag dem das mal, dass der SOS-Kapier nach unten hat. Was? Geh mal gucken, was die da oben liegen haben wir. Ja. Ja. Oh, der andere steht da oben? Ja. Nicht vordern, er schießt die Zahnbiss herunter. Was meinst du, wo die ab... Ja, ok. Er blutet aber. Ich hab ihn verbunden. Ja, verbunden. Die sind auch unter vom Server. Kann ich mal einer verbinden? Ja. Scheiße. Ich mag's dir selber. Jups. Ja. Ja, sag mal, ähm, hattest du nicht... Hast du noch ne Mosin? Ja. Hast du hier von der SKS 3-U-Score oder hast du eins? Äh, warte, muss ich mal nachgucken. Neh mal noch nicht. Scheiße. In einen der Flaregerns war die Mulde. Dann lass ich die einfach nicht, weil ich hab ja schon mal einen. Neh man. Hast du ne Mulde, ne Möse? Äh, ne ne SGS. Ich hab eins mit Pyroscope, also ne Möse. Hast du eine? Ja, die Pyroscope. Okay, dann nehm ich das Pyroscope ab und nicht die SGS. Ich kann ihn den Titten nicht verbinden, Mann. Jo, alles klar. Ich hab auch noch eine dabei. Ja. Außerdem findet man die auch überall. Ja. Ja, klar. Scheiß drauf. Und soll der andere den verbinden? Du musst nicht mit zwei Waffen rumbleiben. Aber der sich bewegt bestimmt. Ja, eben. Dann muss der andere sich davor stellen. Halt mal still. Wir müssen jetzt mit der Witcher spielen. Das ist der Sebastian jetzt spielen. Und da sieht wer wir sind. Aber das ist super. Weil dann haben wir eins. Oh, ist ja geil. Der hört uns noch. Fertig. Ich will. Falls du eine Sporter sind, sag mir bitte Bescheid. Ja? Okay. Okay. Weil die ist viel, viel krass overpowerter als die Winchester und ich hab einen Mech dafür. Was? Ich hab da Leanback. Was? Ich hab da Leanback. Und dann könntest du einfach mit einer Sporter auf 800 Metern sein. Ich geb ihm Morphe. Ja, ne. Find ich total scheiße. Ich hab letztens wieder Sporter gespielt. Echt? Ich kann halt mit gar nichts treffen. Dann hab ich das Gefühl. Echt? Ich hab damit glattst mal vier Leute. Komm. Wo bist du denn hier jetzt hin? Mach das schön. Ein Ziel wär gut. Mach das schön. Ja, ich wach. Warte. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal kurz was. Ja. Bleib doch mal. Bleib doch mal stehen. Also, sollen wir nach Pustoschka rechts runter? Ähm. Joa. Weil links geht's nach Pustoschka. Da kommen wir überhaupt her. Warte mal. Ich hab nen Truck gefunden. Ja, ich sag ja. Ich sag ja, der spawnt hier. Und deswegen wollte ich eigentlich hier gucken. Ich guck noch mal kurz ins Haus hier. Ob ich noch vielleicht eventuell Muni finde. Für was? Ja, der hat ja mit Tabletten wieder an das zu nehmen. Rollin, rollin, rollin. Winterstar, oder? Oh, hier ist noch Magnum Muni im Paket. Äh. Lebt der noch da unten, der da liegt? Ja, ja. Also, steig mich nach Tabletten. Wir können zu euch kommen. Wir haben nen Truck am Start. Sag mal, war hier nicht auch irgendwo im Brunnen? Das war da unten, ne? Ey, mach nur die Regengrinder. Probe mich mal da unten beim Brunnen ab. Ja, auf die Straße runter. Linken. Ne, ich hab's brennt die Tallinn wieder nicht genommen. Keiner von euch nen Seil, oder so. Da kann man den anderen noch fest sein. Ne. Ne. Leider nicht. Wir von der Feuerwehr haben sowas nicht. Von den anderen? Ja. Wie lange seid ihr so durch die Map gelaufen? Boah, Junge, war das kaum. Lange. Nein, eine Stunde. Okay. Und außer uns hat jemanden andern getroffen? Ich glaub, eigentlich nur euch. Eine Wasserflasche. Okay. Bitte. Ja. Ja, normalerweise kämpfen wir auch nicht. Nicht zu spät. Ne, ne. Gar nicht. Gar nicht dran. Nicht zu spät. Nicht zu spät. Neu, anderer Kumpel. Ne, anderer Kumpel. Ne, ne, der ist offen. Er ist tot und auf dem... Er ist auf dem anderen. 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 Ich weiß nicht, kannst du das spären, ne? Aber... Ja, ja, hab ich gemacht. Da waren ziemlich Leute drauf. Guck nochmal, ob ich jetzt essen bin. Man findet halt keine Waffen. Ja, das ist echt nicht. Man findet Waffen, aber keine Money. Na, wir haben es gefunden. Ja, es geht. Also ich bin energized. Ich bin auch, alles voll. Außer Healy. Außer Healy. Außer Healy. Er ist gelaufen. Ja, ich hab noch keine Dinge, ne? Also ich hab Healy, aber... Aber Waffen habt ihr auch nicht ermöglicht. Also keine richtig... Ja, das wäre Selfie, ne? Ne, die haben wir verloren. Haben wir heute... Ah, hier ist noch Baken. Sei egal. Echt ein Fight gehabt, ne? Echt ein Fight gehabt, ne? Echt ein Fight gehabt, ne? Guck mal, ne? Guck mal, ne? Guck mal, ne? Zwei Typen im Game. Die haben wir gefangen genommen. Eigentlich gibt ja richtig viele Waffen, aber man findet keine... Wir liegen jetzt auf dem... Ja, auf dem Feuerwehrhaus. Das ist unser Problem, eigentlich. Okay, ich bin... Okay, ich bin... Soweit fertig. Ja. Ja, ich... Du kommst kurz... Hier ist so niemand... Sebastian heißt da einer. Ne, also wir haben keinen gesehen, wir sind länger rumgelaufen, waren eigentlich überall und sonst... Keine Ahnung. Wart ihr schon mal im Norden? Da oben? Kennt ihr die Map eigentlich? Hm... Ja, ja. Ja, ja. Sitzt du schon? Also im Norden... Jetzt heute... Ne, noch nicht, aber... Allgemein. Ich bin sehr weit im Norden, da... iałem in den Händen. Kerfeld einfahren? Ich bin äh... Querfeld einfahren. Wenn du Querfeld einfahren. Ich bin wish du mir aber so'n bisschen die Richtung anbelklingen. Achso, ich habe keine Ahnung. Okay, das ist gut. Fahrzeug ran. Dann dreh mal lieber, oder fahr hier den Feldweg hier hoch Ich hab ja da liegen gesagt Ich muss ganz kurz nach unten, mal gucken So, 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 ganz echt hier oben Wer springt? Ja, ich fahr jetzt mal gegen die Wärmsenmauer, Alter Nein, ich hab jetzt nicht den Reifen gefickt, oder? Ja, war du gleich fertig? Nee, ich... Was ist denn jetzt hier? Wird du da von oben? Wird du da von oben? Guck mal, wie der... Wie langsam der ist, Alter So, jetzt geht's... So, rot ist geradeaus, wir sind gleich Auf jeden Fall rechts lang, ne? Rechts lang, ne? Ja Ja, ich kann auch querfeld gleich fahren, wie du willst Nee, nee Obwohl hier vorne, hier vorne, können wir gleich ziemlich weit rechts über das Feld gleich Richtung... Sorry Jo Boah, essen kann man hier Wenn die Makarov Damage ist, kann man da nicht mal mitschießen Du musst sie sauber machen Ne, leider nicht Wollen wir mal pumpen Fahr mal hier rechts Warte Ja, was hab ich noch? Ich hab nichts davon Ja Warte, was liegt denn da alles? Ja, nix will, dass er hier war irgendwie noch Ja Ja, sind aber noch um die zwölf Spieler Man muss nicht immer E drücken und E drücken Soll ich nicht ganz rechts fahren? Ja, ganz rechts Ja, hier kommen wir nach Cabanino Cabanino Ich lösch es, ich lösch es Ja, roll drüber Ja, roll drüber Jetzt links, oder? Nicht rechts Nicht? Glaub nicht, ne Ich fahr mal ganz kurz lieber Einmal am Schild vorbei, weil ich kann die Dinger lesen Ja Teilweise Na, dann fahr doch rechts 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 Daraus ist Stare Schwarz 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 Ja, ich bin schon orange Jetzt hungry Nach Essen, ja Drei Da ist noch ein Hochstand links Schwarz Wow Das kann ich dir abgeben Schwarz 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 Ganz okay Kannste eigentlich auch rechts vorbei fahren, musst nicht durch die Stadt Ja, das war wieder recht. Mach ich jetzt mal. Ich will nur nicht in den Zaun krachen. Ja. Ich fahre einfach jetzt querfeld ein. Ja. Ja, ich versuche jetzt was. Ich mache jetzt hier mal das da rein. Und ich mache auch hier Munition rein. Okay, lauft weg Jungs. Lauft in die Ecke von dem Zaun. Von dem Dach. Meinst du es explodiert? Ja, irgendwas hat sich da verändert. Kann sein. Gaskartusche wäre nicht schlecht. Munition, 9mm habe ich reingemacht. War nichts. Scheiß. Weiter links, oder? Vielleicht eine andere Munition. Steht grad weh, nicht wegen diesen scheiß Bollen. Shit. Fahren wir doch eher Richtung... Was ist denn das da gerade aus? Elektro. Was ist denn das vor uns? Gerade aufs linken. Wieso, was ist denn da? Ein Stein, oder was? Seht nix. Meinst du? Also ich fahre richtig, oder nicht? Ja, ja. Achso, nee, sorry. Das war nur ein bisschen pixelbar. Geigsten, hörst du das? Peng, peng, peng. Oh, fuck. Von so'n kleinen Dreckstrand. Google sind alle kaputt gegangen. Das, echt, die Trucks sind echt empfindlich geworden. Ich muss aufpassen. Fahr einfach gegen gar nix. Ihr wolltet die PvP machen, ne? Ja, ich seh grad nix. Ich seh nur, ich geh auf Ego-Perspektive drauf geschissen. Ne, wir hatten PvP und das... Hier sind wir rausgeschmissen worden. Wir sind... Da oben kurz gewesen, haben gelootet und sind hierher gekommen. Was ist Bambi noch vor ne Stunde? Hast du denn da welche getroffen? Ja, er leckt. Hab den? Gelinda Gursk haben wir heute echt mal drei Stunden gespielt. Mit nem fünf Mann gegen fünf Leute. Das war schön. Ja. Kannst du das vielleicht angucken, was wir da gemacht haben? Eigentlich war da nix. Ja, ich bin da nirgendwas hingeblieben, oder was? Ja, oder was ist das komische? Ich fahr mal hier so ein bisschen Downhill, okay? Ja, mach mal. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt durch den Baum... ...muss ich im Wald fahren, ne? Ja, keine Ahnung... Ja, muss halt klein schreiben. Denk dir einfach nur zwei. Dann würden wir gleich wieder laufen, ne? Ich rauf da einfach mal runter, also ohne Gas zu geben. Oh, fuck, fuck, fuck. Der Server hier ist das nicht vom Vengarten Server. Ist einfach so benannt, sag ich mal. Ne, das ist sein Scaling. Ne, das war ich. Also, ich hab statt Shift aus Versehen... Ah, okay. Das ist mein Geduld. Von wo kommt der? Aber er geht doch eigentlich nach Finn, also... Wer ist hier gestorben? Der fährt noch ganz gut. Wir fahren richtig, oder? Äh... Alter, jetzt wackelt das richtig komisch eklig, ey. Mhm. Vorne auf der Straße steht einer. Ja. Was heißt vorne auf der Straße? Äh, von der Polizei her. Okay. Das ist genau hinter dem Fabrikgebäude. Ja, das läuft hinten durch. Ja, kommt. Hinter dem Fabrikgebäude. Ja, sorry, aber das... Ist jetzt genau hinter der Fabrik... Äh, wir können uns den nächsten Truck hier vorne holen. Wir sind im nächsten Dorf. Die Garagen, die vor uns sind. Vor der Feuerwehr. Ja, genau die. Der geht die Leiter nach oben. Der geht die Leiter nach oben. Ja, nö. Wir fahren, wenn wir direkt gerade fahren. Dann kommen wir in die Werkaufzug. Also, hier gleich, ähm... Links bei den Scheunen. Links bei den Scheunen? Ne, ne. Fahr nochmal die Schlauze. Arvin. Also, du meinst nicht, dass links sind vom Teil der Scheunen? Ne, 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 ne. Ich mein, hier vorne geradeaus jetzt. Auf die Scheunen, so. Ja, ähm... Da... Steht nämlich einer? Ne, noch nicht. Ich weiß nicht. Siehst du eigentlich? Äh, bis jetzt nicht. Vielleicht andere Seite. Da sind die anderen zwei Feuerwehr. Ein paar Mal nebenher oben. Warum jetzt geht. Hat er ne Waffe an der Feuerwehr? Ja. Was für eine? Was für eine? Vielleicht war hier aber auch schon jemand. Ja, das sieht ganz so noch aus. Ich glaub nicht, dass du die... Ich kann nicht schießen. Na, dann fahr ich ja gleich einfach. Kann nicht schießen. Ja, das Ding ist, der Link wirklich beschissend. Ja. Deswegen muss ich halt bis hin... Oh, passt schon. Ja, sag mal, wo lang jetzt... Ah, rechts. Der hat dann eine Ragnare geziel, mehr nicht. Der hat ermut gesagt. Der hat ermut... Wollt ja mit uns sprechen. Ey guys, ey guys. Und dann links. Hey guys. Okay, wir fahren jetzt Ego-Perspektive down. Wir laufen einfach in die Bäume rein. Ist mir scheißegal. Oh, fuck. Okay. So, jetzt links der Straße voll. Boah, hast du mich erschrocken? Ich hab nicht gesehen, dass du das bist hier oben. Ich hab gedacht, hier liegt jetzt noch einer. Boah. Boah. Das wär krass gewesen. Das sieht glücklich aus. Aber der... Der hat auch einer mit der Arge... Und dann müssen wir gleich in der Nektro sein. Ja, stimmt. Ja, dann... Puh. Gehen wir von hier weg. Aus der Stadt. Du musst halt immer, um vernünftig zu denken, vom Gas gehen. Du weißt du, wegen dem Reichen. Das ist fackhaft. Aber egal. Bleibt die Tankanzeige. Ich kann's von hier nicht sehen. Äh... Fast tot. Oh shit. Oh, ihr Schatten ist doch ein bisschen lecker. Ja, ich weiß nicht. Wo sind die Feuer, Männer? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hören wir ja Axt, okay. Hallo. Ich mein auch. Varenzino. Varenzino. Immer noch. Ja, dann... Wenn der hier gleich stehen bleibt, dann lässt man lieber querfield ein. Nicht noch extra... Elektro. Der und Umweg. Der bleibt nicht hier gleich stehen. Die Tankanzeige ist ungefähr... Ja, noch so 20%. Ja, dann fahr noch ein Stück weiter. Wir können ja... Wir müssen ja nicht hinter Elektro reinfahren, sondern... Kannst mich verbinden? Hinter... Ich kann mich nicht verbinden. Äh... Also auf den Mounten, weißt du? Also auf den Sniper Hill. Ja. Am besten. Ich mach ne Waffe, Mann. Genau daran vorbei. Ja, genau. Also einfach jetzt gleich nicht rechts, sondern links die Spur nehmen, weißt du? Ja. Das ist am besten, glaub ich. Ja, dann sind wir auch schon bald... äh... Free Rally. Okay. Außer wir könnten auch den natürlich auch tanken, ne? Können wir auch machen. Können wir auch machen. Ja, wird ein bisschen schwer werden. Ja, besten Dank. Dankeschön. Jawohl, in Wasserflaschen hab ich dabei, wa? Ja, ich auch. Deswegen... Leute, warum sind Türs weg? Die nächste Tank ist in Solmi, ne? Oh. Das war's mit dem Benzin. Ja. Ich wollt grad sagen. Ja, dann lassen wir den hier mal ins Wasser fangen. Sagen wir mal ein bisschen durch die Stadt verließen? Ja. Gar nichts dran. Ja, ich weiß noch gar nicht, warum ich das zoome vorbei kann. Hier ist doch eh ein Truck. Das versteht ich überhaupt nicht. Echt? Ja. Ja, an der Scheune. Ja, geil. Ja, geil. Ja, wurde. Ach so. Ja, ist das ein Partywurst, oder? Was? Zweitplätze, oder? Ja, ja. Ach so. Willst du fahren, soll ich fahren? Deck mich mal eben schon mal im Relo. Ich bin das ja. Wir tanzen hier echt auf dem Dächern. Okay. Hey, kommt euer Kollege noch? Nee, der ist auch mal. Hat er doch gesagt, der ist offline gegangen. Habe ich vergessen. Bin schon. Ja, wir werden auch gleich offline gehen. Jo. Am Tag ist hier mehr los. Nee, wir gehen gleich offline. Ja. Ja, wir können ja mal irgendwann wieder zusammen oder so zacken in der Runde. Ja, gerne. Die scheinen aber in Ordnung zu sein. Das war jetzt heute... Ihr habt leider keine Waffen. Ja. Sag, wir haben Waffen, Freddy. Sag, wir haben Waffen, Freddy. Sag, wir haben Waffen, Freddy. Ja, wir haben zwar mal zusammenlooten oder so. Oh, ich hab gerade stampelt. Ja. Ja. Oh, verra... Nein, 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 Dose, du hast keinen Stampel. Du fährst jetzt nicht wieder. Dann haut rein, ne? Ja. Also, eure Piste wollen sie nicht wieder haben, Mann. Soll ich dich wegfahren? Okay. Ja, oder? Die lag da ja an der Leiter lag. Nee, wenn ich Stampel hab, dann bleibt er auch wirklich stehen. Nee, nee. Sag mal deinen Freunden da, Victor, dass wir in ca. 5 Minuten da sind und kriegen Waffen. Da steht ja noch einer. Was wollt ihr von mir? Das ist ein Truck? Ja. Weißt du, was der von mir will? Ja, mach. Victor. Ja, sag. Äh, ich hab gesagt, sag deinen Freunden da, wir kriegen gleich Waffen von uns, wenn die 5 Minuten warten. Die kommen jetzt mit 2 Waffen. Ey, mach dich jetzt zu. Wir brauchen die selber. Bitte? Achso, wir haben genug. Wir haben ungefähr 8 Waffen dabei. Ja, wir müssen... Wo gehen die hin? Sich ausloggen. Ausloggen? Ja. Sag, wir sollen nicht ausloggen. Aber doch. Die loggen nicht aus. Wir schießen. Wir können auf den Zombie schießen. Äh, der geht nicht an, hier. Achso, ja. Auf den Zombie. Äh, achso, der ist leer. Okay, den machen wir weg. Boah, nicht getroffen. Schön. Der hat keinen Benzin, den hat ja auch intern abgestimmt. Ist eigentlich Persistence wieder on? Nee, ne? Nee. Gibt's gar nicht, glaub ich. Da rennt ein Bambi, oder? Nee, sind immer noch der. gia, die in den plastik ist. Tschüss. Danke. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018